Hey Johannes hier von NewGadgets.de und heute habe ich die Möglichkeit, mir bei Signify die Philips Hue Neuheiten 2022 anzuschauen. Meine Highlights waren hier das neue Philips Hue Perifo Schienensystem, die neue Philips Hue Go Portable Tischleuchte und der Philips Hue Tab Dial Schalter. Und diese drei Produkte, die wird es in diesem Video zu sehen geben, also viel Spaß beim Zuschauen. Mit dem Perifo Schienensystem bekommt Philips Hue nun auch eine flexibel gestaltbare Beleuchtung für die Decke und Wände. Hierfür gibt es zwei Schienenlängen, ein Meter und ein halber Meter, dann auch passende Spots, Pendelleuchten, Gradient Light Tubes und Light Bars, die frei auf den Schienen angebracht werden können, um genau für eure Räumlichkeiten die passende Beleuchtung hinzubekommen. Durch Eckelemente sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt, außerdem könnt ihr die Schienen an der Decke oder an der Wand anbringen. Dafür gibt es Anschlüsse für Decken- und Wandauslässe, aber auch die Möglichkeit, das Schienensystem direkt mit der Steckdose zu verbinden. Das sind die White & Color Lampen, also ihr könnt hier ein ganz tolles Ambiente bei euch zu Hause schaffen. Die Spots sind natürlich frei bewegbar, damit könnt ihr dann eben bestimmte Punkte bei euch zu Hause ausleuchten. Die Pendelleuchten, die sind in ihrer Länge variabel und wirklich von ganz kurz bis wirklich sehr lange, also auch für hohe Decken wunderbar geeignet. Nur ganz so günstig wird es nicht, das Philips Hue Perifo Schienensystem. Das liegt hier im Set mit drei Pendelleuchten bei einer UVP von 649,99. Das Set mit vier Spots kostet 749,99. Drei Spots mit Lightbar liegen bei 799,99. Also es ist schon ein recht teures System. Das gibt es in schwarz und weiß und es wird ab Ende Sommer 2022 auf den Markt kommen. Die neue Philips Hue Go Portable Tischleuchte, die macht ihrem Namen alle Ehre. Sie verfügt über einen Akku und kann so bis zu 48 Stunden für ein schönes Ambiente im Innen, aber auch im Außenbereich sorgen. Dank IP54 Schutzklasse macht auch Regen der Lampe nichts aus. Sie kann induktiv über ihre Dock aufgeladen werden und sie verfügt auf der Oberseite über einen Knopf, mit dem man die Farben ändern kann. Aber natürlich können wir das Ganze auch mit der Philips Hue App ansteuern. Die Philips Hue Go Portable Tischleuchte, die wird ab Ende Sommer 2022 zu einer UVP von 149 Euro auf den Markt kommen. Zu guter Letzt haben wir hier auch noch den Philips Hue Tab Dial Schalter. Der Schalter, der bietet euch vier Tasten und einen Drehring. Die Tastennummern werden hier über Punkte dargestellt, also man kann sie auch wirklich bei Nacht erfüllen. Und die Tasten können individuell belegt werden. So kann man mit den Tasten die Beleuchtung auswählen, aber auch Lichtszenen sind möglich. Alles eben mit der App einstellbar. Und durch den Drehring kann man das Licht auch dimmen. Ausgeliefert wird der Philips Hue Tab Dial Schalter mit einer passenden Wandhalterung, die den Tab Dial Schalter magnetisch in Position hält. Der Schalter verfügt aber auch über Gummifüße. Damit könnt ihr ihn auf den Tisch legen und den Drehring bedienen und der Schalter rutscht nicht weg. Wie ihr auch hier sehen könnt, hat die Wandhalterung die gleiche Größe wie Schalter und Steckdosen bei euch zu Hause. So lässt sich der Tab Dial Schalter auch wunderbar integrieren. Es gibt ihn in Schwarz und Weiß und er ist ab sofort zu einer UVP von 49,99 Euro verfügbar. In diesem Video habe ich euch meine drei Highlights vorgestellt, aber es gab natürlich noch mehr. Und falls ihr euch dafür interessiert, findet ihr unten in der Videobeschreibung auch einen Link. Denn auf newgadgets.de habe ich auch noch die weiteren Neuheiten in einen Artikel gepackt. Also könnt ihr da mal nachschauen. Und falls ihr Interesse an den Produkten, die im Video habt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung auch, sobald sie verfügbar sind, einen Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst und meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao!